Auf den ersten Blick fällt uns auf, das heutige Wetter ist doch ziemlich ungerecht verteilt. Manche kriegen den Sommer zurück, beziehungsweise den Spätsommer, wir sind ja schon im September, und andere hängen doch unter ziemlich dichten Wolken. Das betrifft den Norden, gerade entlang der Küsten und so ein bisschen weiter rein ins Binnenland ist da mit Sonnenschein nicht sehr viel. Die Sonne, die haben wir eher hier in Richtung Sachsen, Thüringen, nördliches Hessen und auch vielleicht im südlichen NRW, je, dass es da mal länger sonnig ist, je weiter wir Richtung Norden gucken, desto trüber ist es, und hier zieht dann auch ein bisschen Regen durch im Laufe des Tages, kommt dann am Nachmittag auch im nördlichen Brandenburg und eventuell in Berlin an. Das ist allerdings nicht viel, kein starker Dauerregen, eher so ein bisschen Sprühregen, zwischendurch auch mal längere trockene Phasen, aber es ist insgesamt doch ziemlich grau, also ein Vorgeschmack auf das herbstliche Wetter. Und der Herbst im Norden, der geht ja häufiger auch mal mit ordentlichem Wind einher, und ja, der Wind frischt auf zunächst. Schon aus der Nacht heraus hier in der Nordseeregion dann auch auf der Ostsee selber. Das Ganze rutscht dann im Laufe des Tages auch mal ins Binnenland rein, dass es hier mal kräftigere Böen gibt. Dann verabschiedet sich das Windfeld wieder nach Osten. Im Süden, da passiert gar nichts, auch in Sachen Wolken passiert da nicht viel. Wir haben anfangs noch ein bisschen Nebel, gerade Richtung Niederbayern, vielleicht an den Alpen, hier auch ein paar dichtere Wolken, die lösen sich dann aber ziemlich schnell auf. Und dann überwiegt der Sonnenschein, und das wirklich in den meisten Regionen von früh bis spät. Und die Sonne heizt uns noch mal ein. Es geht rauf auf bis zu 26 Grad, mit etwas mehr Sonnenschein, auch Richtung Glausitz mal 25 Grad. Ansonsten im Norden eher so 18, 19 Grad. Viel mehr ist da nicht drin. Und das Ganze fühlt sich eben mit Wind, Wolken und Regen auch noch kühler an. Aber am Mittwoch breitet sich die Sonne ein Stückchen weiter nach Norden aus. Auch an der Ostsee gibt es ja mal ein paar Sonnenstrahlen, nur an der Nordsee. Da wird es ziemlich trüb bleiben. Temperaturen gehen nochmal ein, zwei hoch, ein, zwei Grad hoch. Und der Ausgleich, der kommt dann ab Donnerstag. Da wird es dann insgesamt in Deutschland etwas kühler und wechselhafter.